VIKTORIA KÖLN Media Days der dritten Liga. Da durfte natürlich auch Viktoria Köln nicht fehlen. Masseirisse Daniel Bubala und Elias Bördner für den verletzten Sebastian Mielitz standen unter der Woche für Videoaufnahmen, Trailer und reichlich Fotos bereit. Und machten für den DFB und Magenta Sport eine gute Figur. Los ging es in der Flyer Alarm Arena in Würzburg mit der einen oder anderen Challenge. Diese werden wir wieder in der kommenden Saison bei Magenta Sport sehen. Und die Viktoria war gut dabei. Nach der Maske ging es zu den Hero Shots, auf die wir uns wieder freuen dürfen. Diese werden in erster Linie in TV-Trailern verwendet und stimmen die Fans auf die anstehenden Partien ein. Weiter ging es mit Interviews und Social Media Formaten. Auch die Fotografen hatten eine Menge Ideen parat. Für Masse Risse, Daniel Bubala und Elias Bördner war es trotzdem ein langer Tag. Am Ende stand der Spaß im Vordergrund. alsowerk 1.0 warst. kosische Geräusche 1.0 warst. halb 2.0 warst. uer